Oh Freunde, oh Freunde, es funktioniert, ich bin so glücklich, ich bin so glücklich, Gott sei Dank, ich, oh mein Gott, ich habe jetzt, ähm, wirklich, aber diesmal, also es lag daran, dass es Slaps waren, ich konnte es auch nicht beheben, indem ich, ähm, quasi einen Slap Block gemacht habe, mit nochmal Slap dransetzen, das ging nicht, das heißt, ich habe, aber diesmal, um wirklich Zeit zu sparen, weil es hat nämlich so viel Zeit gekostet, ähm, im Creative habe ich die Slap Block gemacht, Slaps rausgekloppt und echte Blöcke dafür hingesetzt und ja, das war es aber, was ich gemacht habe und es funktioniert, oh mein Gott, es ist so schön, ich bin so glücklich, Gott sei Dank, so, ich brauche noch einen zweiten hier Hebel, so, für dich, flupp, so, jetzt kriegst du aber hier Strom von allen, richtig, sollte, jetzt reichen, oder? Wie viel produzieren denn die kleinen Dinger, ich habe keine Ahnung, aber muss ja, zwar müssen reichen, sonst würde es, sonst macht es ja keinen Sinn, eigentlich, ne? Okay, so, dann können wir nochmal jeweils da ein bisschen was reinschaufeln, und da nochmal was, oh. Ach ja, ich vergaß, ich habe was vergessen, und zwar, um besser arbeiten zu können, äh, hatte ich eben, wow, hier, äh, was mache ich da, das ausgeschaltet, natürlich blöd. So, so, okay, ich habe mich gefragt, warum zum Teufel switcht, ist so hart, aber, dann macht es Sinn. So, so, endlich können wir das Blut nutzen. Oh, da steht wieder ein Skelett. Oh, 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 baby. Ich freue mich, ich freue mich sehr. Oh, yeah, baby. So, jetzt können wir das Iron Gear Dingsbums nutzen. Für. Okay, erst mal muss das hier wieder raus. Sehr schön, dass man das hin und her dingseln kann, finde ich super. und Fluid Gold. Ja, zwei Ingots für ein Chaos. Ich bin sehr erfreut. Ich hab, genau, ich hab noch Treasure gekriegt. Ah, mein Inventar! Das gibt's doch nicht. Oh, okay. Okay, ähm, aber jetzt können wir endlich mal ein bisschen was an Holz machen. Oh, was sagten die Chests? Das war eine Towncraft-Chester. Oh mein Gott, 300 Perlen! 300 Perlen und Emerald! Das war mal Jackpot, aber sowas von... Ich krieg mir nicht mal ein, ey. Alter! Falter! Das, das ist... Boah! Boah! Das find ich echt extrem geil, muss ich sagen. Das ist cool. So, ähm, jetzt brauch ich noch meine zweite Kiste hier. Kann ich die hier ranpappen und... Sollte ja wohl gehen, oder? Zack, ja. Gut, erstmal hier alles weg. Alter Falter! Ich hab hier aber auch eine Scheiße drin. Das ist ja der Wahnsinn! Das brauch ich. Das brauch ich. Ähm, Holz. Ähm, Digger. Wer ist das? Sacrificial? Digger of Sacrifice. Digger, 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 Power, Power! Digger, Power, Power, Digger, Digger! Shazam! Und die geben 500 Lebenspunkte pro Monster! Das ist so geil! Oh mein Gott! Wie viel haben wir hier? 2, 5? Passt! Läuft! Gib mir Holz! Los, los, los! Yes, 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 yes! Woo, 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 woo! Party! Aber sowas von, meine Freunde! Aber sowas von! Okay, Mr. Questbuch, was sagen sie dazu? Ähm, ja, Moment. Mal ganz kurz das mitnehmen. Okay. So, es wird diesmal wirklich dunkel. Ich seh die Sonne gar nicht mehr. Was ist passiert? Pole Skeleton Drowned. Okay. Da kann ich ja nichts für. Was sagt denn die Klock? Hä? Es ist Tag? Haben wir Wetter? Haben wir Nebel? Ist irgendwie ein schlechter Tag. Okay, gut. Solange nichts spawned ist, mir ist es eigentlich egal. Äh, ja. Die können jetzt mal ausgemacht werden, sonst brauchen die nur unnötig Strom. Okay, ähm. Ich wollte das Ding hier haben. Das, danke. Ah ja, ein Sword habe ich schon. Ah, Osmium Seeds, da sind sie ja. Ich hab mir schon gedacht, ich wusste, dass man irgendwo durch irgendwie, ja, Osmium Seeds, die sind wichtig. Helmet Mold. Okay, cool. Ähm, sehr geil. So. Plains is harsh, but I think I should not give up yet. Natürlich nicht. I need to defend myself against the nightmares. Ja, das haben wir gemacht. Ja, das haben wir gemacht. Sword, äh, sword never thought, ähm. I would wield one, six will need to defend. Ja, ja, das ist klar. Müssen wir mit reinpacken. Growth Pulser. Nice. So. Ähm. Bäh, ja. Also, Growth Pulser nehmen wir. Osmium Seeds. Holz habe ich ja gerade quasi gemacht. Habe ich das jetzt dabei? Ja. Ähm, ich glaube. Ähm. Ich muss mal alles hier zu, ähm, Cropsticks machen. Das ist so traurig. Es ist so dunkel, ey. Das gibt's doch gar nicht. So. Du musst jetzt erst mal dich kreuzen. Dann wollen wir hier jetzt mal. Osmium hinbauen. Ähm. Nice. Oh yeah. Ich freue mich so sehr. Oh. Es ist so schön. Oh fuck. Das wollte ich gar nicht getan haben. Verdammt. Habe ich meinen Stegel dabei? Ja, das habe ich. Gut. So. Das kann das, äh, dingseln. Ich brauche Dirty Dirt. Das kriegen wir aus lustigen Stilettköpfen. So. Sechs habe ich noch. Sehr schön. Ähm. Ich könnte mal rumgehen und noch ein bisschen mehr von denen sammeln gehen. Dann, äh, kriegen wir noch mehr Dirt. Was wir inzwischen auch brauchen. Äh, wo fange ich denn an? Puh, gute Frage. Was ist, was da liegen noch? XP-Bubbles. Jetzt kriegen wir auch endlich genug, ähm, Gunpowder für eventuelle, ähm, ähm, können wir Dirt auch im Dingsel bumseln? Nö. Was war das für ein Geräusch? Ach ja, genau. Die, äh, fallen ja hier durchs Wasser, damit sie keinen Fallschaden kriegen. Ich vergaß. Ja. Very nice. Very nice. Entschuldigung. So, Delay. Hier ist wirklich nicht tief, ne? Ist, nö. Es geht. So. Nice. Zwölf Köpfe heißt zwölf Dirti-Dirt. Und die Monster-Farm funktioniert einwandfrei. Oh, Mann. Das tut so gut, wenn Sachen funktionieren. Aber sowas von. Okay, ähm, wie viel haben wir? So viel. Okay. 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 Wobbeli-wobbeli. Ja. Das dauert jetzt ein bisschen. Es wird Zeit für Speedboot. Ähm, Sugarcane. Sugarcane. Wie kommen wir an die Dinger ran? Seeds and Carrots. Wie kriege ich Carrots, ist die Frage, weil... Noch hat sie keinen Zombie gedroppt. Hm. Tja, das ist die Frage. Vielleicht kriegen wir hier... Wobei, jetzt haben wir ja eine Monster-Farm, ne? Wahrscheinlich kriegen wir dadurch dann die Karotten und Kartoffeln, weil Monster-Zombies normalerweise, ne? Von sich aus, ja, Karotten und Kartoffeln sehr selten droppen können. Und dann denke ich, wir kriegen was daraus. Und dann heißt es nur noch Breeden und das war's. Sehr, sehr schön. Aha. Reicht. Danke. Nein. Okay. Zwölf Dirty Dirt. Habe ich meine Hau dabei? No. No Hau. So. Die alte Hau, die sicherlich gleich kaputt gehen wird. Und die neue Hau. Ja. Ja. Wache ich doch. So. Und Cropsticks. Dann Osmium. Ich glaube, ich muss erstmal mit Cropsticks gehen. Anders geht's grad nicht. Und... Au. Au. So. Die zwei müssen sich noch vermehren. Haben wir jetzt mal endlich echte Nacht? Weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall grad extrem dunkel. So. Haben wir noch ein bisschen Dirt übrig? Ja. Ich glaube, ich kann dabei bin. So. Ja, jetzt wird's grad wirklich dunkel. Gut. Wee. Yeah. Auf, wie geht's? So. 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 Wunderbar. Sehr schön. Ist hier grad noch irgendwas drin, was ich brauche? Das ist Molten Iron. Mal wieder. Wie viel hab ich denn davon? Hab ich die außerdem geduped? Oder krieg ich ständig neue Tanks? Ich glaub... Ach nee. Das ist der zweite, ne? Das ist der zweite. Okay. Okay. Alles gut. Metal Caster. Ähm. Das ist noch einer. Tatsache. Ich krieg noch jemand mehr. Was ist da los? Ich weiß es nicht. Ähm. Ähm. Was sagt das Questerbuch als nächstes? Osteonium haben wir. So. Dann. Self-Confidence. Das ist der Metallurgic Infuser. Ja. Das ist Mechanism. So. Was jetzt hiermit? Ähm. Das war das Problem mit dem Lapis. Was ich nicht kriege, weil ich keinen, ähm, Rubber kriege. Ich denk mal, Rubber kriege ich in irgendeiner anderen Quest. Das fragt sich halt nur, wo, weil, äh, das ist halt die Frage, ne? Translocator. Item Translocator. Liquid Translocator. Äh. Tja. Wie? Warte mal. Ah, okay, warte mal. Wir machen den Metallurgic Infuser zuerst. Metallurgic. Me. Metallurgic. Meta. So. Denn. Ein Osteonium. Perfekt. Denn dort können wir Stahl machen. Und Stahl brauchen wir. Dann kriegen wir nämlich Fluid Pipes. Dann nehmen wir eben die Pipes und nicht den Kack-Translocator, der nicht funktioniert. Warum auch immer. Ja. Vermehrt euch. Ist ja. Osteonium ist schneller gewesen. Ähm. Wie viel Osteonium brauche ich für einmal? Okay. Neun Stück. Äh, äh. Örchen juckt. So. Mhm. Neun. Okay, das wird teuer. Aber wir könnten auch, ähm, eben mal unseren Pinöpel holen. Und da hinten rein dingseln. Uah. Hihi. Klingelingeling. Wunderbar. Hahaha. Sehr schön. Jetzt mach doch mal hier hin, verdammte Scheiße. Okay. Das Ding saugt auf und ich... Mache. So. Mr. Andyman, wollen Sie nicht ein Stückchen näher kommen, hm? Wie wär's? Komm her. Du Sausack. Nimm mich auch weg. Haha. Erwischt. Hahaha. Entschuldigung. Aua. Das tat weh. Ich hätte ordentlich zugeschlagen. Oh yeah. So. Aber ich hab's ein Leben gekriegt. Hihihi. So. Wie viel hab ich gesagt? Neun. Neun. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Perfekto. So. Und jetzt sollten wir ja wohl auch... Nyaun. Das Ostfirm hier drin schmelzen können, oder? Ne, können wir nicht. Okay. Ähm. Grindstone geht auch nicht. Okay, wie mach ich's dann? Ups. So. Grindstone gibt es nicht. Ähm. Tja. Ich würd sagen, als erstes... Einschmelzen. Gut. Zum... Für den... Für den... Metallurgic Infuser brauchen wir jetzt nur eins. Also... Reicht eins. So. Ah. Jetzt können wir auch endlich die Dingesfernus machen, ne? Wunderbar. Äh. Wo ist mein Kleiner? Also ich brauch den Großen dafür. Den Kleinen mal drüben reinpacken. Und dir die vier Minizio ordentlich... Akiorisieren. So. Raus. Und rein. Stop. Oh. Fünf. Das ist auch egal. Lass ihn halt rumflackern. Ist mir wurscht. So. Einmal den Dicken. Einmal vier Minizio. Ich glaub, ich hab noch so viel Essenz im... Im System. Und 4000. Es bubbelt. Solang es noch bubbelt, ist okay. Oh Gott. Es tut mir leid. Okay. Wir haben nicht mehr genug im System. Null. Ja. Dann warten wir. Essen was. Äpfel zum Beispiel. Und kippen selbst noch mal ein bisschen was ins System. Und der gab ich nicht dabei. Schade. Da ist noch ein Endermännchen. Den... Würde ich aber ungern angucken. Ich kann nämlich hier erwischen. Ich weiß es nicht. Ich probier's mal. Nochmal. Oh. Danke. Komm her. Komm her. Ich guck auch nicht hin. Los. 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 Komm her. Junge. Was ist mit dir? Komm. Ich verarschen. Aha. Wär. Haha. Wunderbar. Das sollte ja wohl reichen, oder? Im System haben wir jetzt... 700 nur? Hä? Okay. Ah oh. 900. Naja. Was soll's. Ähm. Was zu futtern? Ich habe noch einiges an... Weed. 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 Wie viel habe ich im System? 2000. Dann mach schon mal. Ich habe hier alles im Blick. Spawn, ihr süßen Monsterchen. Oh yeah, baby. Gibt es eigentlich Monster spawner oder irgendwas, die da hat? Spawn. 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 Capturing Wand. Okay. Oh, Stabilized Mopspawner. Echt so, das ist ja Draconic Evolution. Potter spawner. No. Ob das spawner. Okay. Interessant. So, das brauche ich. Vielen Dank. Äh, ja. Mit Orb wäre natürlich clever gewesen. So, ähm, ich brauche Cobblestone, 16 Stück. Für zwei Öfen. Sehr schön. Oh. Ich würde sagen, das war's mal für euch, diese Folge. Wir machen nächste Folge weiter mit dem Metalurge Confuser. Und ich hoffe, dass dann echt alles gut geht. Und ich würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao.